hallo und willkommen zu einem neuen paypal update paypal hat sich weiterhin in unserem trendkanal nach oben bewegt und wir schauen ja aktuell danach ob hier tatsächlich ein boden ausgebaut wurde wie bereits erwähnt tendiere ich leicht dazu würde aber ein weiteres tief nach jetziger oder nach jetzigem urteil noch nicht ausschließen können dennoch ist es jetzt das erste mal hier ja gewesen im oktober anfang november dass ich gesagt habe der boden könnte jetzt drin sein vorher war das eben noch nicht klar jetzt aktuell ist es eben durchaus eine möglichkeit und auch es geht ja nicht nur um möglichkeiten alles ist grundsätzlich möglich es geht hier um wahrscheinlichkeiten ist es denn ein wahrscheinliches szenario das ein boden hier ausgebaut wurde ja die die möglichkeit besteht definitiv auch die wahrscheinlichkeit besteht es ist nur so dass uns die price action hier also das preisverhalten seit diesem tief von ende oktober das gibt uns noch nicht ganz klar eben jetzt wirklich die hinweise ich möchte ich aber zeigen wie ich das jetzt in der mikrozählung eben auch beurteilen würde da hat sich eine kleinigkeit geändert und wir auch reden auch gleich darüber warum übergeordnet nochmal ich möchte jetzt nur diesen ausschnitt zeigen wir haben in den vorherigen videos immer auch auf dem tageschart die große struktur angeschaut das haben wir jetzt häufig genug gemacht es geht jetzt einfach darum nochmal zu verstehen dass wir ja hier in dieser bewegung seit august 22 nach unten gelaufen sind in einer sogenannten endenden diagonal struktur die lässt sich relativ gut erkennen auch was die elite wave struktur angeht hatten wir eben hier eine welle 1 eine welle 2 eine welle 3 4 5 immer natürlich dann eben dreiteilige strukturen in den unterwellen ja ich mache mal das abc hier raus das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr und die idee ist eben nach wie vor ja dass wir hier einen sogenannten ja ein trendkanal vielleicht sogar ein keil muster eben haben und wir müssen ja jetzt auch erst mal feststellen dass der preis natürlich um jetzt auch nachhaltig einen bullischen trend bestätigen zu können müssen wir natürlich auch aus diesem kanal nach oben ausbrechen wir haben hier einige widerstände direkt vor uns und das schauen wir uns jetzt mal an jetzt so mich noch ein bisschen rein ihr seht also von diesem trendkanal den haben wir jetzt auch schon mehrere wochen sogar monate auf dem chart da haben wir natürlich hier eine trendlinie die wird dann so im bereich wahrscheinlich um die 65 dollar relevant das ist einmal hier natürlich ein bereich da muss er einfach darüber ausbrechen und dann haben wir auch noch diese horizontale widerstandslinie liegt auch etwa beim bereich 65 66 dollar da drüben hätten man dann den nächsten widerstandsbereich bei knapp 76 würde aber behaupten wenn wir über die 65 66 dollar laufen nachhaltig dass wir dann von einem ausbruch eben auch sprechen können das heißt hier ist es ganz klar so dieser bereich muss nach oben durchbrochen werden es kann sein dass vorher eben noch mal ein tieferer rücksetzer kommt je nachdem wie man hier diese zählung macht es gibt verschiedene möglichkeiten das ist sehr überlappende price action hier und das lässt leider immer viel raum für interpretationen zu meine erste idee die ich hatte zu dieser mikro zählung hier noch mal reingehen zu dieser mikro zählung war dass ich hier eine führende diagonale ausbaut das ist immer noch möglich ja und dann wären wir halt in der führenden diagonale in der situation dass wir sagen wir haben hier eine welle 1 gehabt hier eine welle 2 das ist eine a b wobei dann auch hier was ist das jetzt hier das wird sehr schwierig weil das hier kann noch nicht wirklich die 3 sein naja theoretisch schon aber ist halt ein bisschen kurz für eine welle 3 dann könnte das die 4 sein und dann noch ein hoch in der 5 das ist durchaus immer noch plausibel ist eigentlich auch eine relativ schön zu erkennende struktur richtet sich auch schön nach elliot wave ist halt immer schwierig auf einen klaren count zu kommen wenn wir es mit solch überlappender price action zu tun haben wenn sowas hier vor uns ist dann haben wir keinen klaren impuls dann könnt ihr 10 elliot wave analysten fragen und ihr bekommt vermutlich ja zumindest mal 5 bis 10 verschiedene antworten das hat einfach damit zu tun dass die strukturen nicht klar impulsiv sind und wenn das nicht der fall ist bieten sich da viele verschiedene möglichkeiten es ist so wir haben also wie gesagt hier eine mögliche 1 2 dann hier wäre das eine abc gefällt mir nicht so sehr weil die sehr schwach war eben also durchaus kann sein dass die welle 3 noch am laufen ist aber gehen wir einfach mal davon aus die ist drin weil ich habe hier eine schöne drei teile in der welle 3 ist bei einem diagonal übrigens immer der fall in der regel immer und dann haben wir eine welle 4 das könnte eben ein dreieck sein was sich hier ausbaut das ist eigentlich relativ schön zu erkennen also eine kleine a hier müssen wir jetzt schauen b c d e wobei eigentlich hier ganz leicht die d etwas über die b hinausgeht das ist eigentlich nicht erlaubt wobei das stimmt auch so nicht ja ein kleines überschießen der d welle ist durchaus erlaubt ist natürlich jetzt nicht unbedingt ideal deswegen kann man auch sagen okay vielleicht ist das die d das die e das ist auch vielleicht sogar noch besser genau jetzt muss ich mal schauen die c ist oftmals eine komplexere welle wie auch immer das ist jetzt eher mal so ein bisschen spekuliert ja und dann wäre halt noch ein hoch drin in der welle 5 und wenn wir dann jetzt in diesem bereich laufen 63 65 dollar dann könnte es danach noch mal einen größeren rücksetzer geben in der 2 eine andere variante das zu zählen ist halt als eine 12 12 struktur dann wäre es so dann wäre das hier meine 1 gewesen da bin ich abgerutscht das hier wäre meine 1 gewesen das ist eine 2 und dann hätte ich jetzt hier noch mal eine 1 und die 2 könnte auch drin gewesen sein dann müsste er aber jetzt in der 3 komplett loslaufen davon sehe ich noch nichts deswegen ist das nicht mein favorit noch eine weitere zählung wäre dass ich ja sage wir hatten hier eine 1 2 3 4 5 schon drin wäre das die 1 gefällt mir auch nicht so meine zählung gefällt mir eigentlich am besten aber ich habe halt hier eine kleine änderung mit dem dreieck jetzt vorgenommen aber so oder so dann wäre halt jetzt wenn wenn das hier eine 1 2 3 4 5 dann wäre halt eine größere 1 schon drin würde die hier sitzen und dann wäre das hier irgendwie eine a vielleicht ein b-welle dreieck wir kommen noch mal runter so oder so macht das jetzt alles man kann ja über die besten microcount spekulieren macht keinen unterschied denn so oder so gibt es ein unterstützungsniveau was jetzt halten muss in all diesen szenarien und das liegt bei 52 dollar 30 knapp also wir müssen dieses niveau halten denn unter diesem niveau bricht die struktur vermutlich zusammen ja das ist 78 6er fibonacci niveau das wollen wir nicht mehr unterschreiten in egal was für einem rücksetzer das heißt grundsätzlich kann man hier vorsichtig bullisch gestimmt sein ein weiteres tief würde ich noch nicht ausschließen aber dafür gibt es dann ja stop level stop losses und ansonsten muss man eben wenn man auf die bestätigung warten möchte muss man eben auf den nächsten rücksetzer warten wenn dieser korrektiv ist und ein höheres tief ausbaut beim 78 6er fibonacci niveau oder höher dann wäre das der nächste einstiegs oder pullback entry punkt das ist meine sichtweise zu paypal hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen ab und einen kommentar vielen dank ciao ciao